Den habe ich ja gar nicht gehört, durch ein Eisbär-Lied. Den kenne ich, der Spice. Ist das der, den wir von rechts heute Morgen gesehen haben? Wieso kommt der jetzt von links? Oder ist das ein zweiter, oder was? Ja, aber ich bin da zu spät gekommen, ich musste erst mal die Anlage ausmachen, stopp machen und den Fernseher auch stopp machen, ich musste erst mal den Fernseher wegmachen, die Deutschland vom Fernseher wegmachen, dann musste ich erst mal die Anlage auf stopp machen, den Ton wegmachen von der Anlage, deswegen bin ich noch zu spät rausgekommen, aber ich habe den noch rechtzeitig gesehen, aber hier, ist es hier drauf. Ja, dann ist der vorhin wieder zurückgeflogen, wo wir nicht da waren, wo wir im Fernseher waren, kann das sein? Dass der vorhin zurückflog, wo ich mich hingelegt hatte, oder wo ich im Fernseher war mit dir, Eis essen oder so, Milchertrinken. Dankeschön. Ich frage mich mal, was das für ein Hubschrauber ist, das könnte ein Suchhubschrauber sein, richtig? Tschüss. Tschüss. Ich bin hier dran, ich bin hier dran.